Landungsbrücken Aufstieg rechts Krasse, oder? Es geht aus dem Tunnel raus Ja, es geht aus dem Tunnel raus Ein Hinweis für Fahrgäste in Richtung Innenstadt Wegen Bauarbeiten ist die U3 zwischen Baumwahl und Hauptbahn Süd gesperrt Bitte nutzen Sie nach Möglichkeit Alternative U- und Dispart Laden Sie Ihre Route auf hvv.de oder in der HVV Attention, please This is an announcement for passengers traveling towards the city center Due to construction work the line U3 is interrupted between Bauwahl and Hauptbahnhof Süd